Wer ist da unten bei G? Das ist da unten bei G. Schön, dass das mit dem gegen Bajonett immer noch nicht funktioniert. Beim Battlefield 1 ist es ja eigentlich so angepriesen, dass wenn jemand mit einem Bajonettangriff auf einen zu gerannt kommt, dass man den kontern kann, indem man selber mit einem Bajonettangriff auf ihn anstornt. Aber das hat von Anfang an schon nicht funktioniert. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Das ist volle Sniperrückendeckung. Alles was bei mir in die Tür reinkommt, kommt von mir und tschüss. Ich habe ihn noch bei dir. Ich habe ihn. Ich kann dir mal kurz keine Deckung geben. Ich setze hier aber eine Flare hin. Ich bin tot. 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 Meine Hälfte ist weg. Schade. Wir haben alles verloren gerade. Ich bin tot. 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 Ich habe mich verletzt. Das darf nicht wahr sein. Dritte meiner Leiche kommt einer. Ich habe den Panzerjäger ausgeschaltet. Fällst du auch? Eins, zwei, drei, drei Squad-Mitglieder hier. Mit mir vier. Also vier von fünf haben meinen Befehl verfolgt. Ich laufe mal so an. Jetzt schon der Panzerzug? Ja, kack. Wir haben ja keine Punkte. Das ist kein gutes oben. Nein. Feindlich, dass man doof hat. G wird schon wieder. G wird schon wieder. Hennen soll ich hier kurz G markieren. Hättet ihr müde arbeiten? Habs. Wambus zwei haben beide ausgeschaltet. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Oho, jetzt kommt ein Heavy Tank und ein Haufen Infanterie. Ja, Heavy Tank hat mich. Okay, dann spawns uns bei mir. Ich werde für dich eigentlich nicht mal so eine schlechte Position. Voll nervig. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Wir haben Einsatzziel. 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 Hälfte man das scheiß Balli noch aus. Hälter. Hälter man das scheiß Balli noch aus. Hälter man das scheiß Balli noch aus. Hälter. 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 Heih. Der Squad. Gefällt mir ein bisschen. Also vor allem King. Der hatten wir letztes Mal auch schon dabei. Sorry. Die ziehen gut mit, ihr Jungs, ja? Ja, ich weiß Wir haben Einsatzziel David erobert Kommt noch mal ein Pferd zu A Hansa kommt auch noch mal zu A Die Spezialeinheit kommt von hinten Von B aus Eine Elite-Klasse Aber warte und packe ich schnell meinen Mörser raus Bist du nach oben? Ja Nein Schade 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 Hey Ich frage mich ja mal nicht, aber Schade Vielleicht kann unser Panzerszug sein Sehr schlecht Ich weiß nicht, ich fliege jetzt nicht mehr Wir haben Einsatzziel David verloren Hallo Oh hey Ich bin fucking fat Mit was fliegst du? Zwei Sitzer Zwei Sitzer Verstanden Irgendwo ist ne Anti-Air Kennt ihr das im Flugzeug? Weiß Das wusste ich nicht Weil ich hatte noch 42 TP und er holt mich mit einem Hit weg, oder was? Schwachsinn Was der Panzerzug ist voll, das muss ich verarschen Mach mal Platz drin, ich will das Bohnen Hände für Elegetirin Was denn? Ich kann doch lieber kurz auf Sniper Und wenn du nicht auf Sniper spielst, dann sind wir im Schatten die Scheisse dran Naja, wenn ich wirklich auf Distanz Sniper gehe, sonst wenn ich mit meinem Karabiner Sniper losgehe, dann Ich halte auch absolut nichts von diesem, von diesem abgegammel als Scharfschütze und sowas, aber ich muss halt die anderen Waffen auch noch freispielen irgendwann Bleibt mir ja nichts weiter übrig Wow Echt jetzt Hinter dem Gebäude von einem kacken Mörser gekillt Mach doch Paul Wir haben Einsatz begleitet Da wird erobernt. Bumi, mach es! Sie haben Einsatzziel Friedrich verloren. So, Muni da, Alter. Ach was, wo du bist? Das ist schon erledigt. Jetzt kommt ja noch der Nebel, weißt du. So, bist du am Fliegen? Ah ah, ist halbbar. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Nee. Ich find's so geil gegen Friedrich funktioniert die Toktik einfach immer noch geil. Einfach hinlegen. Ja. Aha. Für Himmatt. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Wir haben eine neue Umwand. Es ist zwar reines Helps, aber zu B zu gehen, aber... ja 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 mal das ist frei Danke für die Hilfe. Beeinträcht ich dich daneben eigentlich so krass beim Snipen? Ja. Also ich sehe jetzt, oder? Du siehst schon nicht, wo ich stehe. Wir haben Einsatzziel David erobert. Deine Umrisse...deine Umrisse... Oben links. So, nur ganz oben. Achso. Deine Umrisse sehe ich nur minimal. Habe ich nur echt minimal. Von wo? Von da wo wir kamen, von Seeausblick. Genau unten einer. Bisschen höher als das Auto. Nee, unter dir. Bist unter dir. Gut, unter mir kann ich nicht viel machen. Opa ey. Aha, München Mats. Ja, hast du einen Muni? Danke. So, ordentlich. Wow. Links von dir muss irgendwo ein Sniper sein, Seeho. Wow. Ich hab mal eine Flare hingeschmissen. Ich hab nicht gesehen, woher der Schuss kam. Wir haben Einsatzziel David verloren. Wir haben Einsatzziel David verloren. Ich hab mir das überlegt. Ich hab mir das überlegt. Ich finde gerade von da oben runter gefallen. Ich hab vielleicht sieben Teepfeet verloren. Okay. Ja, ist sowas. Ich hab bei mir die ganze Zeit die Sniper-Kugel einschlagen, aber ich so ähnlichweise guck. Ho, ho, ho. Heavy Tank auf B. Kannst du nochmal eine Flare dahin schiessen? Wohin? Von da, wo etwa die Sniper-Schüsse kommen können. Hab ich. Von mir hinten kommen die. Die sind fast höher. Oh. Die Scherz sind auf die Lurie-Panzer, die haben keine Versterbung. Siehst du, wo ich bin? Warte, komm mal. Ja. Von da hin. Ach, sehe ich nicht, wie in dem Nebel. Keine Ahnung, wie der dich sehen konnte von da aus oder mich, aber... Ich sehe gar nichts durch den scheiß Nebel. Hier ist fast kein Nebel. So, hier sehe ich dich ein bisschen. Echt, ich sehe den zu dir da hinten sehe ich gar nicht. Keine Umrisse, keine Strukturen, nichts, gar nichts. Kannst du noch eine Runde? Wäre knapp, hä? Wäre knapp, hä? Dann aber ohne aufnehmen und ich muss wahrscheinlich abbrechen, dann. Okay. Ja, aber... Noch kurz die Stacks anschauen und hoffe. Voll scheiße gespielt, Sniper ist nicht meine Klasse. Also zumindest nicht mit wirklich Scope. Ich liebe die Sniper-Klasse in Kombination mit der Smile MK irgendwas. Aber dann halt echt als Sturmsoldat und nicht, äh, als ich gammel irgendwo in der Ecke mit meinem Visier rum. Ja. Ich habe meine Stacks vielleicht mal gesehen. Ich habe ein bisschen... Black screen. Black screen. Ja dann, liebe Zuschauer. Ja dann. Ja okay, hat sich irgendwie geklärt, ja. Ja okay. So viel dazu. Bis zum nächsten Mal wieder. Gibt keine Folge mehr. Äh... Ciao. Und wenn es euch gefallen hat, haut es doch. Zeigt es mir doch mit gefällt mir Angaben und wenn ihr weiter so Videos schauen wollt, abonniert mich doch. Und... Was halte ich von Battlefield 5? Haut es doch in die Kommentare. Und dann bis zur nächsten Folge.